Kurz vorgestellt, heute geht es um das Spiel Phase 10 als Würfelvariante. Dafür könnt ihr alleine oder bis zu 5 Personen sein, ihr solltet 8 Jahre alt sein und ein Spiel dauert 30 Minuten. Ja, wie beim Spiel Klassiker Phase 10 ja auch ist, ihr habt 10 Phasen, die ihr erfüllen müsst. Dafür habt ihr diesmal aber 10 Würfel. Ihr habt pro Runde 3 Würfel Zeit, um die Phase zu erfüllen. Ihr könnt pro Wurf beliebig viele Würfel wieder rausnehmen, wieder reinnehmen. Also wie bei jedem anderen Würfelspiel auch, ihr könnt es kombinieren. Am Ende könnt ihr dann gucken, wie viele Punkte ihr habt, dafür zählt ihr alle Augenzahlen zusammen. Reicht euch die Punktzahl, könnt ihr sie eintragen. Wenn nicht, dann habt ihr die Phase nicht erfüllt und macht sie beim nächsten Wurf nochmal. Nach der 5. und 10. Phase gibt es Bonis, wofür ihr eine bestimmte Punktzahl erreicht haben müsst. Und wer zuerst alle 10 Phasen erreicht hat, hat gewonnen. Bei dem Würfel Phase 10 benötigt ihr nicht viel Platz, da es nur einen Schreiber gibt, der sämtliche Spielzahlen einträgt. Und ihr müsst ein bisschen Platz haben zum Würfeln. Ansonsten ist dieses Spiel eine schöne Alternative zu dem Klassiker mit den Handkarten, da man hier ein bisschen mehr Action hat. Bis zum nächsten Mal.